Oh, wann können wir denn endlich los? Oh, wenn dieser verfickte Rechner mal klarkommen würde! Ey, Gewalt ist keine Lösung! Was wenn doch? Ja, geil! Jetzt muss ich nur hochladen! Die hat sich auch mal hin! Fuck! Lalalalalalalala Alter, hier sieht's aus wie Scheiße! Mach doch mal nen Dreck weg, Martin! Ach so, mein Dreck? Na toll, jetzt tu mal nicht so, als wär's ja alles meine Dreck... Los! 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 Mit seiner neu erworbenen Erkenntnis zog unser Held los, um die Welt nach seinen Wünschen zu formen. Er überredete die Regierung dazu, ein paar Gesetze zu verändern. Und die Banken ihm ein kleines Taschengeld zu geben. Er prügelte den Krebs aus den Kindern heraus und in die Anhänger des IS prügelte er ihn wieder hinein. Er feierte wilde Partys mit dem Papst und zeigte seinem alten Freund Putin, dass es schönere Dinge auf der Welt gibt, als die Ukraine zu erobern. Er gewann viele neue Freunde, Erfahrungen und erfüllte sich selbst jeden Wunsch, der ihm in den Kopf stieg. Doch es gab einen Wunsch, den er sich mit Gewalt nicht erfüllen konnte. Und der war, von einer Frau geliebt zu werden. Wisst ihr, ich hab wirklich alles probiert. Ich hab sie geschlagen, ich hab sie getreten, ich hab ihr ne Kopfnuss verpasst, ich hab sie mit Steinen beworfen, ich hab ihr das Knie in den Uterus gerammt. Das einzige, was ein bisschen Wirkung gezeigt hat, war der Nippel-Twister. Tja, wie schon die großen Könige der Welt vor dir einsehen mussten. Egal wie sehr sie ihre Konditorin auch gefoltert haben, die Muffins haben nie nach Liebe geschmeckt. Ach, verdammte Liebe. Du kannst sie nicht kaufen, du kannst sie nicht mit Gewalt erzwingen. Ich meine, was soll man denn bitte sonst machen? Alter Rick, natürlich kriegst du keine Frau mit Gewalt, das ist doch klar. Aber wie dann? Naja, du musst ihr Herz erobern, sie zum Lachen bringen, ihre starke Schulter sein, an der sie sich anlehnen kann. Du musst sie verführen, ihr das Gefühl geben, dass sie etwas Besonderes ist, sie überraschen. Mit einem romantischen Dinner beim Kerzenschein. Ach Rick, hör doch mal einfach auf dein Herz. Du bringst mich da auf eine Idee. Jetzt bin ich schwul. Was? Dann hab ich auch endlich wieder was Sinnvolles zu tun. Die friedlichen Proteste sind vorbei. Quack. Und was lernen wir daraus, Kinder? Gewalt ist immer eine Lösung und Schwulsein eine Wahl. Wenn ihr noch mehr Gewalt haben wollt, findet ihr da drüben, wie Action alles verändert. Und darunter gibt es unser letztes Video, was bisher geschah. Ich meine, Selfie-Wahn. Selfie-Wahn. Hahahaha. Okay, ja. Das war'm hier. Habt ihr schon mal unser Stück hier gesehen? Oh, das war genug. Jetzt habe ich schon mal hier zuerst das Bezuchtigung. Es ist eine Frage-Kunst, die ich erwähnt. Ich bin das Kind. Und da war großartig. Und das war großartig.